Das wäre konsequent! Ihr habt doch jetzt so diese Anti-Nazi-Symbole alle gesehen von der Demo. Was haltet ihr davon? Welche Anti-Nazi-Symbole meinst du? Ja, die hatten ja so durchgestrichenes Hakenkreuz dabei auf ihrem Auto und sowas. Ja, ich muss gut gehen. Und vor allem gehen wir auch für eure Freiheiten hier raus! Wir sind keine Idioten, jetzt möchte ich nur uns! Was geht doch von euch! Na ja, sowas überseht er. Und vorhin haben sie rumgeschrien, keine Nazis, also wirklich auch aus der Masse. Was sagst du denn dazu? Ist doch eigentlich positiv auch für euch. Die klassische Strategie. Was? Immer einfach das Gegenteil von denen zu fühlen, dass sie zu uns gegen Nazis demonstrieren und sagen, dass wir die Nazis sind. Es ist halt so lächerlich und billig, wie jeder andere Verbrauch. Okay. 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 Okay.